Leonidas-Ehrungen haben natürlich immer etwas Besonderes und jetzt habe ich wieder zwei wunderbare Gäste bei mir. Peter Herzog, Marathonläufer bei Olympia dabei mit dem bronzernen Leonidas und Marina Vukovic, die Kategoriesiegerin Rookie des Jahres als eine der hoffnungsvollsten Karatekas, die wir in Österreich haben. Wie fühlt es sich an der bronzene Leonidas? War sicher überraschend, vor allen Dingen endlich ist der Sommersport auch präsent neben vielen, vielen Wintersportlern. Ja, es ist natürlich eine riesengroße Ehre, den Löwen zu gewinnen. Nachdem ich so einen Löwen bei der Innover-Katharina schon mal gesehen habe, auf einem Kasten stehe, habe ich mir auch immer gedacht, so einen hätte ich auch mehr gern und dass ich jetzt so einen kriege, ist natürlich eine riesen Auszeichnung, freut mich sehr und motiviert auch in der schwierigen Zeit. Die letzten Monate waren nicht einfach von der Motivation, aber so ein Trophäe, so eine Vorausszeichnung, halt dann in der Höhe und lasst uns weiterhin hart trainieren und auch weiterhin träumen. Träumen, jetzt hat man den Leonidas in den Händen und träumen kann man schon, dass nächstes Jahr in Tokio die Olympischen Spiele stattfinden werden. Die Marathon-Distanz ist ja so etwas wie eine Königsdistanz. Arbeitet das ein bisschen im Hinterkopf auch jetzt schon? Natürlich ist der Fokus voll auf mittlerweile nächstes Jahr gerichtet. Ich hoffe aber, dass in dem Jahr noch tolle Wettkämpfe zustande kommen, weil sonst ist das Training einfach doppelt schwer, wenn man keine großen Ziele hat. Man muss da im Leistungssport tagtäglich knüppeln, um weiterzukommen. Und ja, ich hoffe, dass ich hier auch noch größere Wettkämpfe angehen kann und natürlich das große Highlight soll nächstes Jahr die Olympischen Spiele mit dem Marathon werden für mich. Das sage ich schon mal toll, toll, toll. Der Löwe ist ja schon da. Marina, du bist in einer Sportart, in einer Weltsportart tätig als Karateker und gerade eine Weltsportart, die bei uns in Salzburg, beim Leonidas bei der Gala auch immer präsent war mit Alisa Buchinger. Jetzt hast du einmal den kleinen, goldenen Löwen, da sollten sie aber noch irgendwann einmal mehr werden. Ja, hoffentlich kann ich dann mal quasi die Nachfolgerin von der Alisa Buchinger werden, die hat es ja schon öfter gewonnen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen Löwen und hoffe, dass ich dann den großen auch mal kriege. Ja, da arbeiten wir dran, aber da musst du uns dann noch liefern, aber so wie alle Experten sagen, steht dir eine große Zukunft bevor. Ihr habt ja in eurer Sportart schon ein bisschen jetzt wieder trainieren anfangen können im Freien. Dein Vater hat mir auch erzählt, dass erste Turniere auch schon anstehen, also jetzt geht es langsam wieder nach oben. Ja, hoffentlich geht es noch im Sommer dann richtig los, dass wir dann wieder in die Halle dürfen. Mittlerweile darf man mit Kontakt trainieren und es wird immer besser, man muss einfach nur positiv bleiben und nicht die Hoffnung oder nicht die Motivation verlieren. Du bist ja noch jung, das ist eine erste große Auszeichnung wahrscheinlich, neben den vielen Medaillen, die du schon gewonnen hast. Macht das Lust auf mehr? Ja, das ist die größte Auszeichnung, die ich bis jetzt gekriegt habe und natürlich motiviert das einen, dass sie halt die harte Zeit, das Schwitzen und das Trainieren dann irgendwann auch auszahlt. Da sage ich Gratulation auch dir Marina, danke vielmals fürs Kommen, danke Peter und damit freuen wir uns natürlich auf die nächsten Interviews, die dann bald kommen und dass wir dann den Leonidas und die Ehrung abschließen können.